und wir gönnen uns mal hier eine runde 2 uhr einsatz oh es kommt macht die luke auf hier oh dein ernst das sieht kräftig nach einer 0 nummer aus 70 mensch gibt es hier noch einen anständigen Tresor ui sauber schön ich gehe damit so 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 Oh, es kommt eine untere Sohr hier. Ah, so muss der aussehen. Mann. Na, wenigstens eine 7. Naja, wenigstens was. Oh, wo ist er denn? Zweier und Dreier. Ich fasse mich. So, nehmen wir mit. So, nehmen wir mit. Ah, eine Spatze holen. Das war da schon mal ja nicht so viel. 22, Mann. Gut, wechseln wir das Spiel nochmal. Schön schön. 22.